Ich bin Nino Zisweiler und ich bin neuer Goalie beim FC Thun. Die ersten Tage mit der ersten Mannschaft waren sehr interessant, sehr intensiv und hat sehr viel Spass gemacht. Als ich gehört habe, dass ich nachrutsche in die erste Mannschaft, war ich natürlich überglücklich. Das ist ein Traum, der für mich in Erfüllung geht. Meine persönlichen Ziele sind sicher ein Fussfasser in der ersten Mannschaft. Ich versuche hier noch etwas mehr zu etablieren. Und dann versuche ich natürlich die anderen Goals vor mir so gut wie möglich zu unterstützen. Und sonst versuche ich einfach so viel zu lernen wie möglich. Und so viel zu profitieren auf diesem Eupho. Ausendung Süß